und die blume hier okay könnte man also schon mal gift zusammenmischen es war auf jeden fall kein selbstmord so viel steht schon mal fest okay gewächshausgarten habe ich auch hier haben wir immer noch was dann würde ich jetzt zurückgehen dann geht weiter eine etage höher wacht gibt eigentlich im keller ebenen 0 ist eben alles klar so ein großes haus und kein keller na gut wozu braucht man so ein großes haus wenn man noch einen keller braucht was soll in dem keller stehen was nicht im haus schon stehen kann okay so ich bin auf der suche nach einer treppe eine treppe ist was ich will muss nach oben da hopp 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 weg da so jo grüß dir okay so erstmal gehe ich hier hin so ach hier hinter ist ja der äh ne und so da kommt die murdi ja das wissen wir selber das ist Alexa Carlisle Ich habe eine Kopie der Fallakte von Arthur Edwards in einem Schließfach in der Londoner Zweigstelle der Milton Fitzpatrick Bank. Man erhält Zugriff auf das Schließfach, in dem man zwei Marker vorweist, die sich derzeit im Besitz von Alexas Tochter Rebecca und Mr. Furnsby, dem Butler, befinden. Okay. Ich kipp dir gleich, was real ist. Du Vogel. Was ist hier drinnen? Ich darf hier nicht rein. Okay. Okay, da darf ich nicht rein. Was könnte ich hier machen? Runtertauchen als Leibwächter. Achso. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Hier geht Treppe hoch. So, was ist hier noch? Badezimmer. Mal kurz reingucken. Nichts besonderes. Und wieder raus. So, hier würde und müsste ich einmal rein. Ja, unerlaubte Aktion. Witzig. Wie soll ich hier sonst reinkommen? Die Leute alle umlegen und deren Schlüssel klauen, oder was? Zack. In der Hoffnung, dass mich jetzt gerade keiner sieht. Sehr schön. Aha. Was ist das? Notizbuch, okay. Steht da drinnen. Da. Karl als Investition, sowie um das Treffen des Aufsichtsrats. Stimmt nicht mit der von Sigris. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Den Kerr agieren. Ah, ja. Okay, ich gucke mich vorhin hier nochmal um. Da ist ein Laptop. So, untersuche er den. I can see from the log, that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay. Das schließt sie eigentlich schon mehr oder weniger aus, ne? Damn, looking good today. So. Jetzt möchte ich mich hier hinter einmal kurz umgucken, ob die alle von den Geheimgängen wissen. So, umgucken. Ne, hier kann man nur wen verstauen. Ansonst. Oh. Kommt man hier raus? Hier, wo ich nicht rein darf? Okay. Good to know. Äh, Maruf. So. Warte mal. Hier ist das. Da ist das. Hier ist der. Okay. Dann jetzt. Hier ist das. Genau, und hier ist wieder der Raum. Noch einmal hier vorne lang gehen. Hier ist aber auch alles schick, soweit ich sehe. Alter, war das hell. Ja, hier könnte man doch höher klettern von außen, okay? Umsonsten geht jetzt auf der anderen Seite weiter. Mr. Patrick, can I do anything for you? Yes, actually, could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend. Shit, oh. I have to risk walk in the garden. I said speed up time, not my party. Propan-Gas-Flasche? Of course, sir. I am a little bit confused. Have very kind of you, dear Mr. Fonesby. I hope to see you soon. Creepy old kid. Okay. Wie könnte ich... Haben die nichts zu tun, oder wat? Hey, mit dem kann ich mich nicht unterhalten. Halt mal. So ein Dreck. Jetzt ist die hier am Putzen. Hau mal ab. Ich muss da hin. Hau mal ab. Ist das hier wieder Bathroom? Bathroom, gibt's nichts Besonderes. Hallo, Sir. Jo, grüß dir. Ich könnte das Ding theoretisch anmachen. Was ist das hier? Wüste. Nö. Wofür brauche ich den Propan-Gas-Flaschen? I don't get it. So, das Schlimme ist, ich muss da rein. Die Tür ist zu. Oh, du bist so kräftig, Sam. Kannst du mir nicht erzählen, was du gesehen hast? Oh, ich mach mich nicht weiter und weiter über mich. Ich bin so ein Dreck. Ich will mit dir sprechen, nicht mit dir. Blatterer. Ich speichere mal lieber ganz fix. Wo war was hier? Hier kann ich speichern. Hoffentlich geht es. Okay. So. Das ist der G-Stock, mit dem man die Tür öffnet. Die dürfte ich nicht nehmen. Ah, okay. Dann werde ich erst mal ein Foto machen. Davon. Ach nee, davon. Schuhe gescannt. Wir haben ja ein paar Fußabdrücke gefunden. Was liegt hier noch rum? Was ist das? Gewächshaus-Schlüsselkette. Ah, ah. Diese Emma, die kommt mir immer verdächtiger vor. Wird nicht hier? Von Emmas Mutter. Ah, ah. The plot thickens. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. Ähm. Irgendwie ja. Gleichzeitig hab ich kein Plan. Wie? Ist das immer... Was für eine Propan... Propangasflasche. Wo soll ich die hernehmen? Der G-Stock, den finde ich sehr interessant. Sehr. Das ist nämlich der G-Stock... ... ... ... ... ... ... ... ... Damit bestimmt nicht gesehen werden, wa? ... ... ... ... ... ... dafür ist das ding gut das bescheid so wie werde ich das ding jetzt jemals wieder los weiß noch keiner geheimnisvoller schalter ja ist klar kann ich das ding hier so gesagt einfach mal hinlegen ist kein verbotener gegenstand dass wenn ich die kamera wieder nehmen dann liegt das ding da ok so ja melden sie sich bei mr fernsby müssten aber auch noch mal nach oben alternativ müssten wir wahrscheinlich die storyline mit dem genau dem andertaker machen den bestätten so ich habe ja was um die theoretisch abzuknallen noch mal ganz kurz guck mal ein küchenmesser und meine pfp ich bin bestens ausgerüstet mach schneller und eigentlich heute noch ankommen kommt die dann runter oder gehen wir hoch wie wie gesagt ich muss die umlegen aber dann brauche ich auch noch die fallakte und er hat ein teil der fallakte und andere hat weiß ich gar nicht mehr schon wieder vergessen er läuft doch wie so ein partner wie so ein penguin das wird noch fehlen so ein gemälde aus dem bilder okay ich muss nicht gefilzt werden das ist sehr schön da ist die alte drin da sind ja so viele ja mein problem ist so mr fernsby beschuldigen emma beschuldigen zachary beschuldigen ja emma das ist das Sie ist nicht meine Ließe, sie ist meine Dauw-in-Law. Und deine Ließe. Emmer ist der illegitimate Kind von deinem alten Bruder, Montgomery, die du und Zachary hat 46 Jahre alt. Das ist preposterös. Du hast mich gefragt, was zu Zachary passiert. Würdest du nicht wissen? Nein. Nein, weiter geht's. Ich habe ein Buch von Emmer's Mutter, Jane, die Fiancée von deinem alten Bruder auf der Zeit des Todes. Sie sahen, wie du und Zachary ihn aus der Balcony pushedst. Sie glaubt, dass du es für die Karlsle-Empire gemacht hast, von ihr und ihr unborn Kind. Und sie hat Emmer gegründet, was sie verloren hat. Marre deine Heere, Gregory. Get Revenge. Und secure die Karlsle-Empire für ihre Bloodline-Generation zu kommen. Emmer ist die Frau von Montgomery und die Frau, Jane. Sie ist. Nun, die Frau hat es falsch gemacht. Ich habe nichts zu tun. Ich habe was notwendig, um die Zukunft der Karlsle-Empire für die Karlsle-Empire. Montgomery wurde nicht auszultert, um Vater zu nehmen. All heart und no balls. Emmer benutzt die Funeral-Gathering, um ihre Begründung zu erzeugen, als Frau von der Haus, auszultert, um die Möglichkeit zu erzeugen, Zachary's Suicide zu erzeugen. Sie machte ihre Arbeit. Sie benutzt eine Zache, von einer von Zachary's rare Plänen. Sie hat alte Plänen Plänen aus dem Thornbridge Manor, um zu erhalten, zu erzeugen zu sein, durch eine secretige Passage. Das schämtige B***h. Mehr als du denkst. Ich habe die Begründung, dass sie versuchen, dich zu erzeugen. und dich zu erzeugen. Nun, ich muss sich um das zu erzeugen. Danke, Herr Wittmer. Sie haben sich nicht erzeugt. Ich habe dir gezwungen, dass ich dich sehr dankbar schmerzen würde, wenn du das Fall geschehen würdest. Also, was sagst du? Oh. Ich kann die Fallakte zu erzeugen. Na, das wird doch nix. Äh, aber ich würde es gerne versuchen. Ich kann die Fallakte zu erzeugen. auf Arthur Edwards. Edwards, der Konstant. Aber wie... Oh, ich verstehe. Ich habe erwartet, dass du erzeugt. Aber um mich zu töten, nicht zu helfen. Aber ich bin falsch auf so viele Dinge, so warum nicht das? Ich gebe dir die Falle zu Edwards. Du hast es geschafft. Ich denke, ich kann mich zu erzeugen, mit meiner Tochterin-Lau, wenn du hier bist. Ich würde sie sterben sehen. Nein? Na ja. Was für ein Schade. Ich werde es dann noch einen anderen Weg sehen. Ich warte nur darauf, dass die ihre Waffen ziehen. Das Fial, das du willst, ist in der Schiff. Oh Gott, ich hoffe, dass du Edwards bekommst und ihn verhörst. Ich brauche etwas Privatsch. Danke. Wie geht's, Herr? Alles schick. Oh. Gut, 47. Das ist das Fial, das auf Arthur Edwards erzeugt. Zeit, um die Frau Carlyle zu nehmen. Liebend gerne. Warte. Dafür würde ich dann, denke ich mal, das machen. Okay. Vertreiben Sie die Vögel, die auf dem Friedhof nisten. Hey, wie geht's? Alles schick. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Gibt ihr noch was zu? Ja. Okay, da darf ich nicht rein. Okay, Alexa Carlyles Schlafzimmer. Okay, da darf ich nicht rein. 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 Okay, da darf ich nicht rein.